Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft. Juhu! Und wir sind... Sprachfehler, Entschuldigung. Also versprochen. Haha, Sprachfehler. Wir sind immer noch in der Höhle. Und noch nicht gestorben. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Und ich schaue einfach mal... Oh, Moment, die Monster müssten... Aus sein, wunderbar. Dann lasse ich das mal lieber so. Moment, da war ja was. Ne, das machen wir hiermit. So, und wir bauen einfach mal hier weiter ab. So, zack, zack, zack. Äh, ja. Faggel, Faggel, Faggel. Wir schauen mal hier. Hier ist Wasser. Okay, das ist nicht so interessant. Das nehmen wir mit. Das ist... Hallo? So. Das nehmen wir auch mit hier. Das ist gut. So. Okay, wie sieht es aus? Wie viel haben wir eigentlich? Ähm, 28 Eisenerz. Ein bisschen Kohle. Äh, machen wir mal so. Das hier werde ich alles wahrscheinlich nicht brauchen. Aber egal, wir lassen das mal so. Zack, Pflasterstein werde ich, glaube ich, auch nicht brauchen. Lasse ich... Doch, doch, werde ich bestimmt brauchen. Ich entsaug mal das, was ich nicht brauche. Und zwar... Zack, 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 zack. Problem gelöst, ne? So, einfach geht das. So, dann holen wir noch mehr Eisen raus. Ich befürchte, wir müssen irgendwann einen Stopp mit der Kohle machen. Was unsere Behutsamkeitsspitzhacken angeht. Weil ich möchte ja unbedingt ein paar Diamanten mitnehmen. Das ist mal größter Wunsch. So, ein bisschen Kohle. So, gucken. Äh... Der schaut tief aus. Hä? Okay, wir gehen runter. Tief ist gut. Ach, Mann. Das ist eine Sackgasse. Na, super. Okay, wieder raus. Aufpassen, aufpassen. Nicht da rein. Oh, das sieht viel besser aus. So, nee, ich will nicht hoch. Ich will noch weiter runter. Je weiter runter, desto besser. So, noch mehr. Oh. Wow. Glück gehabt, ja? Fast wäre ich nochmal in Lava gefallen. Aber... Hä? Was ist denn das? Ach, so sieht hier Diamant aus. Geil. Diamant gefunden. Hätte ich vielleicht vorher wissen müssen, sollen, aber... Ah, nun, für sich ist das ja schon mal ziemlich geil, ne? Fünf Diamanten und dann noch... Also, fünf Diamanten, Erz und einen so. Da machen wir einfach mal... Nein. Ach, ich bin so dämlich. Es tut mir leid. Und... Ups. Aha. Äh... Loch zu stopfen. Ja, okay. So richtig zugestopft war das jetzt nicht. Zack. Dann machen wir uns einfach eine Schaufel daraus. Dann... Ja, hatte der wenigstens einen Sinn. Wir brauchen ja sowieso nochmal eine Diamantschaufel. Die hält... Die hält... Ja, die hält... Nein, die hält sowieso länger. Oder halten. Hier haben wir noch mehr Diamant. Boah, geil. Was ist denn das hier für ein... Für eine Höhle, ey. Das ist doch voll das Glück, was ich hier hab. Momo im Glück. Geil. Geil, 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 geil. Ne, wir brauchen die hier. Oh, oh, oh. Ich mach gleich ein Kohle... Stopp. Dann nur noch Redstone und Diamanten. Ne, keine Kohle mehr. Ich nehm keine Kohle mehr mit. Das war's jetzt. Das ist der letzte bisschen... Das letzte bisschen. Den Rest nehm ich so mit. Ah, ha, ha. Was für Reflexe. Boah, das war Glück. Ne, warte, ich... Ich, äh... Mach mal eben... Zu. Und dann mach ich mal lieber von hier. Wenn da nämlich Lava rauskommt... Dann werd ich wenigstens nicht sterben. So, für Diamanten haben wir 10. Da kriegen wir bestimmt 20 Stück raus. Mit unserer Glücksspitzhacke daheim. So, aber zuerst machen wir vielleicht die Kohle. Denn... Dann kriegen wir ein paar Level. Dann können wir vielleicht noch ein bisschen mehr Glück auf die Spitzhacke machen. Mhm, mhm. Denn dann kriegen wir vielleicht noch mehr Diamanten. So. Je mehr, desto besser. Denn Geiz ist geil. So, wie schaut's aus? Ah, jetzt haben wir hier diese ganzen Haarkler drin. Das geht ja gar nicht. Alles wegen dieser Sonne hier. Wo kommt die überhaupt her? Die kann gar keine Sonne sein. Man, das ist eine Höhle. Minecraft, Dogik, hallo. Wenn Mods perfekt funktionieren. Dann hat man Sonnenstrahlen in Höhlen, wo gar kein Licht reinkommt. So, wie gesagt, Kohle lass ich da. Oder ich war einfach nur zu doof, die Shader richtig zu installieren. Das geht natürlich auch. Das ist auch möglich. Aber das, äh, glaube ich nicht, weil ich möchte ja nicht wie ein Depp dastehen. Hm. Oh, Gold. So, die hier macht's länger als die Behutsamkeitsspitzhacke. Verstehe ich nicht. Ich hätte vielleicht doch eine Diamantspitzhacke nehmen sollen für die Behutsamkeit. Die hier macht's nämlich leider nicht mehr allzu lange. Oder ich mach mir zwischendurch einen Amboss und repariere die. Was, glaube ich, auch nicht allzu leicht wird. Denn dafür brauche ich ja ein paar Level zum Reparieren. Ja, das ist ja alles total spitze. Hm. Ah, Lava. Ich wollte eigentlich nochmal da hinten hin, aber wir bauen erstmal hier Redstone, Redstone, Redstone weg. Redstone kann ich ja immer gut gebrauchen. So, her damit, her damit, her damit. Da haben wir noch mehr, aber man muss aufpassen. Hier ist, ach, die war ich, die hab ich vorhin gesetzt, ne, die Fackel. Ich muss nur aufpassen, dass ich hier nicht in Lava falle. Boah, geil. Hallo? Bom, ah, okay, da oben ist dunkel. Super, überall nur Lava. Und es ist tierisch hell. Boah. So, wir gehen nochmal zurück. Warum mach ich das eigentlich nicht weg? Und mach dann... So, zack. Okay, dann ist es ein bisschen sicherer. So, dann mach ich nichts mehr, weil da komm ich überall nicht so perfekt dran. Dann mach ich einfach so. So, den Stein, das ich dahinter liege, ist mir alles zu gefährlich hier. Mit der verdammten Lava hier. I hate Lava. I really hate Lava. It's the worst thing in the world. Oder in Minecraft. Yes, in Minecraft. Nee, 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 nee. Ah, ja, ich probier's, ich probier's, ich probier's. Und es hat geklappt, gut. So, hier ist Eisen, das nehm ich mit. Das kann ich ja sowieso immer gebrauchen. Ich bin ein großer Fan von Eisen, ja. Genau, ich schreib jetzt Hater-Kommentare auf YouTube zu Lava. Genau, das werde ich jetzt tun. Nein! Ah. Nein! Die gute Behutsamkeitsspitzhacke. Das war jetzt eigentlich nicht so schleudig, den direkt unter mir wegzubauen, aber... Naja, es ging ja. Diamanten, das finde ich gut. Die sind leider sehr unauffällig in dem Texturen-Paket hier. Das finde ich nicht so gut. So, hm. Hier haben wir nur Lava. Lava, finde ich, an und für sich. Kacke! Lapislazuli. Wenn da das Blau der Lava... Ach, der Lava. Das Blau der Diamanten so auffällig wie dieses hier wäre. Das wäre was. Ne, da gehe ich nicht hin. Das ist mir alles zu riskant. Ja, das war jetzt spitzenmäßig. Nein, 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 nein. Nicht da rein, nicht da rein, nicht da rein, nicht da rein, nicht da rein. Oh, haha. Okay, wir gehen jetzt zurück. Und dann gehe ich dahin, wo ich ursprünglich hin wollte. Sollte ich das wiederfinden. Mein Glück ist klein, die Höhle ist groß. Ich sag ja, mein Glück ist klein, die Höhle ist groß. Aber Eisen ist da, das ist so wiederum gut. Ja. So, wir brauchen Kohle. Und ein paar Level. Dann nehmen wir direkt hier alles mit. Zack. Zack. Alter, ich finde die Musik gerade total geil. Die ist zwar laut, aber cool. Oh. Die erinnert mich an Crysis. Ich weiß nicht wieso, aber das tut sie. Finde ich top. Jetzt ist sie weg. Schade. Kriegt man bei Glückverzauberung eigentlich auch noch mehr Level? Nicht nur mehr von dem Rohstoff, den man dann jeweils damit abbaut, sondern auch mehr Level davon? Das würde mich mal interessieren. Das weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass du dadurch dann auch eben mehr Dingens kriegst. Mehr Rohstoff kriegst du dadurch, das weiß ich. Aber ob man da jetzt mehr Level durchkriegt, das weiß ich gar nicht. Da bin ich mir nicht so sicher. Was ist das? Das ist Diamant. Das will ich haben. Ist mir egal wie, ich komme da dran. So. Wir verbauen erstmal diesen verkackten Stein. Okay, der Stein kommt da hin. So, hier fühle ich mich noch ganz sicher. Hier unten lässt dieses Gefühl stark nach. Die Jesh-Gefühl lässt hier stark nach. Oh, oh, oh. Und alle, alle. Mist. Mist, 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 Mist. Ich brauche Steine. Ich brauche Steine. Diese Aufzugmusik passt zu der Höhentur gar nicht. Nee, ehrlich, die passt gar nicht. Also wenn der jetzt noch einer so im Jazz-Style zu singen würde, dann würde das richtig gut passen. Finde ich zumindest. Na, also... Nö, ist ja alles Geschmackssache. Ich weiß schon gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Man sagt die Uhr. Angefangen um 12 Uhr. Sonst war es. Jetzt haben wir 12.33 Uhr. Das ist spitze. So. Hm. Nee. Ich nehme lieber das hier. Hopps, hopps. Nein. Super. Die ist fast rot, die... Behutsamkeitsspitzhacke. Das ist totaler Mist. So, wächt doch mit. Das braucht doch keiner. Das ist totaler Müll. So. Hoffnung ist ja da, dass da keine Lava ist. So, hoffentlich ist keine Lava da. Da ist keine Lava da. Da ist keine... Das war absolut nicht gut. Wie viel haben wir? 17 Diamant... Diamond Erz. Ja, ja, genau. Diamond. Nein, 17 Diamond Erz. Wenn schon. Oder Diamond Ore. Ja, das stimmt schon eher. So. 17 Diamant Erz. Da kriegen wir ein paar Diamanten raus. Das finde ich spitze. Diese Aufzugmusik ist auch spitze. Ah, okay. Gut, lasse ich lieber. Da spreche ich dann mal aus meiner Erfahrung. Da ich ja schon sehr, sehr oft gestorben bin. Und sagen kann, das ist keine gute Idee. Gut, lasse ich lieber. Vielen Dank.